Leute, können wir ihn bitte verlieren lassen? Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr auf diese Ding, auf diese Fakten. Was macht er eigentlich? Der macht die ganze Zirkus-Gefühl. So schön sieht er aus. Bin ich das? Bin ich im Hintergrund? Bin über alles. Er ist einfach... Er ist das beste, was mir je passiert ist. Ich schwämm von ihm und ich kann ohne ihn nix... Redet ihr über mich? Nein. Er ist wirklich so hübsch und Wow, einfach nur, wow, Leute, habt ihr ihn mal angeschaut Eins ab! Eins ab! Ja! Ein Kompliment So hübsch und so sympathisch und ich träume immer von ihm und Sie träumt immer von mir? Sie meint es nicht ernst, es ist nur eine Bestrafung Alles wieder gut, ruft sie an, lasst los Chat, ich sag euch ehrlich, ich hab die Hoffnung in Mädchen komplett verloren Also, für mich ist das Thema Frauen und sowas eh komplett tot Also ernst, komplett tot Ich hab das Gefühl, wenn man Ziele hat im Leben und bestimmte Dinge erreichen möchte Dann sind Frauen falsch Mit Frauen kommst du nicht an deinen Zielen Frauen nehmen dir deine Ziele weg Und wenn dir deine Ziele wichtig sind Dann solltest du Frauen an zweite Stelle packen Nee, nicht mal an fünfter Stelle Denn vorher kommt noch deine Familie Vorher kommt noch du selbst Und vorher kommen sogar noch deine Freunde Die dir wichtig sind, die immer für dich da waren Das darf man nie vergessen, Chat Das darf man nie vergessen Frauen kommen und gehen So ist das leider shady darauf Danke 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 Vielen Dank.